hallo und herzlich willkommen zum video schaut euch mal an wie kreativ man auch im winter werden kann wenn man hier den schnee fegt da kann man sich einen kleinen spaß machen und zum beispiel einen schönen schneemann hier bauen auch wenn heute kein backschnee ist und es für den richtigen schneemann nicht ausgereicht hätte kann man hier trotzdem mit dieser idee sich einen wunderschönen schneemann auf dem hof zaubern ich wünsche euch viel spaß beim nachmachen viel kreativität und noch einen schönen tag